Oh Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Aber irgendwie habe ich meine Freunde vermisst. Die sind irgendwie nicht da. Alle nicht da. Odi, Jimmy, Braxy, der Wissenschaftler Hanna, Schleimi, Lumi, alle nicht da. Ich verstehe nicht, wo die hin sind. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt liken und abonnieren. Hupp, wer ist denn da hinter mir? Wow! Wer wagt es? Wow, wow, wow. Wer bist du denn? Hör auf damit. Ich bin ein Superheld. Und Superhelden haben die Stadt eingenommen. Hä? Oh, au, au, au. Boah, der hat mir direkt drei Herzen weggemacht. Aber wieso habt ihr die... Wow! Ich hab jeden Verband, der kein Superheld ist, weil die Stadt gehört mir. Aber wow, ich bin... Was? Was? Du hast mich eingefroren. Lass mich sofort hier raus. Oh, das ist aber kalt. Denkst du wirklich, du kleiner Winzling? Kannst es mit mir, dem mächtigen Superheld, aufnehmen? Aber ich will dich doch gar nicht angreifen. Warum hast du jetzt alle verbannt? Weil das keine Superhelden sind. Nein, lass mich da raus. Das ist so kalt. Hör auf damit. Ich werde dich für immer vernichten. Nein, warum tust du das an? Ich hab dir nichts getan. Hm, warte mal. Irgendwie hast du recht. Jetzt sind ja gar keine Menschen mehr hier. Ich bin der Letzte. Verwissst du deine Freunde? Natürlich. Ich will die alle wieder haben. Sofort. Dann seh mal zu, was mit deinem blöden Baum passiert. Nein, nein, nein. Wow. Ey, hör auf damit. Wow. Hör auf. Warum bist du so böse? Nein, nein, nein. Oh, die hat zu mir gesagt, der mag den Baum, aber ich mag ihn nicht. Warte, aber hör auf. Die ganze Stadt brennt hier ab. Das ist nicht gut. Hör auf damit. Tut dir das etwa leid? Oh, armer kleiner Niki. Weil kennst du meinen Namen? Hör auf damit. Ich weiß, wer du bist. Und komm, ich helf dir. Ich werde den Baum retten mit meinen Zunftabfähigkeiten. Drehe mich ein, drehe mich ein. Ich bin sein Superheld. Oh, ich brenne trotzdem hier drinnen. Nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich gelöscht. Warte mal. Warte, warte, warte. Das ist nicht gut, was ich gemacht habe. Nein, das ist gar nicht gut. Du musst lieb werden. Nein, nein. Ich habe keine Freunde mehr. Nein, alle Freunde sind weg. Wenn du die alle verbrennst, dann verstehe ich das auch. Ah. Du musst mein Freund sein. Nein, ich werde bestimmt nicht dein Freund sein. Du musst dann gute Taten machen. Und nicht die böses... Oh. Mann, Mann, Mann. Der schöne Baum ist jetzt weg wegen dir. Den Baum ist so nie wiedersehen. Ich will dich als mein Freund haben. Dann musst du mir helfen, jetzt kurz den Baum zu löschen, wenigstens. Flieg hoch und das Wasser runter oder so. Sonst brennt die ganze Stadt ab. Bist du irre? Ich kann es zum Regnen bringen. Boah, das wäre cool. Boah. Mach das aber schnell, bevor hier alles weg ist. Hahaha. Siehst du, wie die Tropfen runterkommen? Ich kann alles bestimmen. Es löscht alles. Oh, du bist doch ganz gut. Boah. Boah. Hier waren sie gar nicht heimversteckt sogar. Ich kann alles ervernichten mit meinem Donnerblitz. Nein, 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 nein. Das machst du bitte nicht. Hör auf. Ich mach das Wetter wieder gesund für dich. Gesund ist gut. Oh, Mann. Da wird Udi richtig sauer sein. Das war auch mein Baumhaus mit... Wir haben immer Verstecken gespielt. Und du musst das alles zerstören. Schade. Das hat einen Grund. Ich will Freunde haben. Freunde. Jeder hat Freunde außer ich. Das ist nicht fair. Ja, aber so machst du dir auch keine Freunde, wenn du die alle verbrennst oder verschlägst und aus der Stadt ekelst. Ich will, dass meine Freunde wiederkommen. Ich werde dich adoptieren. Haha. Dann bist du auch ein Superheld. Aber ich will nicht so böse sein wie du. Deswegen mach ich das nicht. Nein. Aber so machst du dir keine Freunde. Sag ich dir so, wie es ist. Aber ich will dich adoptieren und du wärst ein Superheld. Hahaha. Nein, nein, nein. Ich will aber nur ein guter Superheld werden und nicht so ein Dober wie du. Nimm das zurück. Hör auf, die Stadt abzubrennen. Bitte, bitte, bitte. Na schön. Als erstes musst du etwas für mich erledigen. Nee, nee, nee. Wenn du mich adoptieren willst, dann musst du was Gutes für mich tun. Na schön, ich kann dir einen Anzug besorgen, den es nur einmal auf der Welt gibt. Der Superman-Anzug. Hahaha. Boah, das wäre natürlich toll. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn wir jetzt auf jeden Fall Superheld werden sollen. Mhm. Okay. Ich schenke dir mein Heilkammer. Wow. Oh. Hä? Habe ich dir denn mit weh getan? Wow. Hör auf damit, das ist kein Spielzeug, du musst vorsichtig damit umgehen. Haha, warte. Erstmal gib mir Loomis Haus testen, das ist ja voll cool. Nein, 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 das machen Superhelden nicht. Superhelden sind fürs Gute da. Aber wie kann ich denn da noch was mitmachen? Oh. Du kannst... Hahaha. Wenn du noch einmal mich angreißt, werde ich dich vernichten. Nennen, nennen, nennen. Wow, du kannst es ja immer noch. Hör auf damit. Natürlich kann ich das. Du bist wirklich ein wahrer Superheld, aber du musst Gutes tun und nicht Böses. Hm, na schön. Wir müssen auf eine Mission gehen. Haha. Du musst den Ernstfeind, Mr. Ronit, ausschalten. Er ist im McDonalds und plant wieder etwas. Und du musst ihn vernichten für mich. Haha. Okay. Äh, wie mache ich das denn am besten? Willst du mir ja vielleicht ein Schwert geben oder so? Am besten mit dem Hammer, mit der goldenen Pommes und natürlich mit den Superheld-Fähigkeiten. Hahaha. Oh, das sind meine, die sich direkt mal an. Oh, guck mal, wie ich aussehe. Oh, ich bin ein Superman. Du brauchst etwas ganz Bestimmtes, womit du für immer und immer, immer, immer der krasseste sein wirst. Verstehst du das? Als erstes, musst du dich etwas bauen. Ah, das darfst du nicht anfassen. Das ist sehr, sehr geheim, was ich hier mache. Mach die Augen zu, du doofkopf. So, das wird ein Portal für Superhelden, wo du dich reinstellst und eine Verwandlung machst. Hahaha. Ich bin der mächtigste und größte Superheld, den die Menschheit jemals gesehen hat. Was macht er denn da? Sind das da toxische Blöcke oder nicht? So, als nächstes gehst du da rein in die Kuppel. Los, geh rein. Oh, mir wird doch wirklich nichts passieren da drin. Geh rein, los. Okay, okay, ich bin ja schon dran. Jetzt muss ich mein Zauber auf dich legen. Hokuspokus, Simsalabim. Und jetzt noch das hier rein. Bisschen Kryptonit hier. So, zack. Und dann das finale Endprodukt. Hä, was ist das denn alles? Nimm die Spritze und dir wird es für immer gut gehen. Woh, ha, ha, ha. Ich hab mich wirklich... Ich hab mir wirklich was gegönnt. The last song of Krypton. Was ist das? Oh, ja. Jetzt, mein kleiner Sohn, geh raus und nutze deine Fähigkeiten. Ah, ha, ha, ha. Oh, ich weiß nicht, wie ich das alles benutze. Kryptonit fossil. Was mache ich denn damit? Hä? Du brauchst die Sonne. Die Sonne gibt dir Energie. Und du musst den Ronald McDonald jetzt zerstören mit deinen neuen Fähigkeiten. Ich guck die Sonne an, aber ich merke keinen Unterschied. Okay, ich werde dich jetzt besiegen gehen. Aber wo ist Ronald? Besser ist es. Best's, klar, ich warte hier auf dich. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Oh, aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem Kryptonit jetzt machen soll. Warte, ich geh mal kurz in den Spiegel gucken hier. Beim Kino. Oh, ha. Äh, hallo? Ist hier jemand? Nein, 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 nein. Guck mal, das sieht aus wie ich. Ich bin auch so ein bisschen verzaubert. Seht ihr da die Blubberblasen über meinem Kopf? Äh, was soll das denn sein? Wie werde ich das los? Und eigentlich will ich gar keinen umbringen, aber er hat es mir befohlen. Und irgendwie wird das bestimmt Spaß machen. So, dann schleichen wir uns mal ganz schnell ran. So, dann müssen wir uns ganz leise einschleichen. Ich hoffe, er ist auch da. Mhm, wir nehmen mal direkt wieder den Hammer in die Hand. Boah, er ist da. Ich bin Ronald McDonald. Halt stehen bleiben. Wer bist du? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich bin Ronald McDonald. Und ich hab Pommes im Mund. Du meinst etwa diese Pommes? Gib mir, gib mir die Pommes, gib mir die Pommes. Du bleibst jetzt stehen. Und hörst mir zu. Ich habe im Auftrag, im Auftrag der Superhelden, muss ich dich jetzt leider von dieser Welt verschwinden lassen. Warte, 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 bevor du das trust. Wir können reden, wir können über alles reden. Ja, Mann, warte, 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 einfach nur ein bisschen. Okay, warte, ich muss mir kurz eine Spritze geben. Äh, was? Nein, 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 du sollst keine Spritze geben. Warte, 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 warte noch kurz. Haha, du schaffst das nicht mehr. Ja, guck mal, jetzt, was passiert, mein kleiner Wicht, du? Ich mach dich fertig, ne? Na, was denkst du denn, wer du bist? Nein, nein, ich bin Ronald McDonald. Ja, ja, ja. Okay, wir müssen jetzt unsere Superfähigkeiten rausholen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall das Video liken. Ihr müsst jetzt liken, bitte, bitte, bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich schaffe das sonst nicht. Und eine kleine Community kann ich sagen. Angriff. Warum hast du so viele Fans? Die sollen aufhören zu liken. Nein, die liken jetzt alle, bis du weg bist. Hör auf damit, ich werde dich fertig machen. Oh, nein, nein, nein. Super, 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 mein Gerdon. Aua. Du kleiner Wicht, du, ich hab wieder 100% Leben. Hast du nicht. Jetzt werde ich dich vernichten für immer und ewig. Nein. Aha, wir haben es geschafft. Das war ja easy. Ich glaube, er sollte mir wohl eine bessere Aufgabe geben. Jetzt gucke ich mal natürlich, was er hier schön ist unten versteckt. Weil ich habe nämlich gehört, dass da unten nämlich krumme Sachen vor sich gehen. Also, wir schauen mal kurz nach. Aha. Oh, nein. Hier sind Zellen. Und hier unten geht es irgendwie weiter. Aber irgendwie scheint hier ein Experiment schief gelaufen zu sein. Weil hier ist alles in die Luft gesprungen. Oh, lass uns schnell wieder hoch. Bevor uns hier Grimace vielleicht sogar trifft. Oh, schnell, 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 schnell raus. Und zu machen. Oh, uns hat keiner gesehen. Ich muss kurz gucken. Hm, es gibt keine Zeugen. Ich laufe schnell wieder zurück. Boah, wir haben ja richtig Unheil hinterlassen. Haha, das ganze Gras muss erstmal nachwachsen. Oh, ich hoffe, er ist glücklich. Na, nicht glücklich. Ich hoffe, er ist zufrieden mit meiner Arbeit und stolz auf mich. Denn ich will jetzt auch ein super Held bleiben, bis meine Freunde wieder da sind. So, ich glaube, ich stelle mich hier nochmal rein. Vielleicht werde ich hier noch stärker hier drin. Hm. Hä? Wow. Ich habe es erledigt. Ich habe es erledigt, wirklich. Okay, du hast schon das erledigt. All die Jahre hat er mich geärgert. Hahaha, ich habe einen wahren Freund und er heißt Nicky. Richtig, ich bin dein bester Freund jetzt, dein neuster. Aber es tut mir leid, dir zu sagen, dass alle Freunde von dir, Filma, weg sind. Hahaha. Da wird der Zorn des Hammers dich jetzt treffen. Nein, 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 hör auf. Es gibt eine Möglichkeit, wie du einen Freund wiederholen kannst. Aber das hat bis jetzt niemand geschafft. Frag's mir sofort. Ich werde es dir sagen, aber es ist wirklich gefährlich. Du musst dir wirklich sicher sein, wenn du das machen willst. Kann ich nicht alle retten einfach? Kannst du. Aber es wird Stückchen für Stückchen dauern. Der Jüngste kommt zuerst. Der Älteste zuletzt. Doch, am Ende des Tages kommen alle zu dir zurück. Dafür musst du deine Superhelden-Fähigkeiten in die Lava werfen. Und mich besiegen. Das ist doch gar kein Problem. Ich bin nämlich der stärkste Superheld hier. Ich werde dich sowas von fertig machen. Du bist ein Fake-Held. Oh nein, nein, nein. Ihr müsst ihn schon wieder liken. Ich brauche eure Hilfe. Liken, liken, liken. Der verfolgt mich. Der will mich umbringen, der Irre. Okay. Oh, ja. Ganz richtig. Ich werde erst mal das Wetter sonnig machen. Ich werde ihn, glaube ich, runterschubsen müssen. Vom Dreirad, sag ich schon. Vom Riesenrad muss ich ihn runterschubsen. Ihr müsst mir helfen. Bleib steh, ne, geh. Nein, hör auf damit. Du sollst mich nicht angreifen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Und ich wette, du als Superheld hast richtig Angst davor. Du bist ein Nichtsnutz. Du bist ein kleiner Wicht. Ha, ha, ha. Und ich werde dich jagen. Tag und Nacht. Und Tag und Nacht. Und Tag und Nacht. Und ich schaff's ja noch nicht mal, mich einzuholen. Ha, ha. Du kennst mir eine Schwäche. Ich habe Höhenangst, aber ich werde trotzdem dich fertig machen. Ein Mensch, der fliegt? Ein Held, der fliegt? Hat Höhenangst? Das glaube ich dir nicht. Ich werde dich sowas von fertig machen. Wow. Ha, ha, ha. So. Das war's mit dir. Boah. Puff. Hat's gemacht. Und schön war der Superheld weg. Aber ich glaube, wir müssen wirklich unsere Fähigkeit hier gleich ins Lava schmeißen. Das ist ja alles noch vom Lava-Tsunami. Das Video werde ich euch am Ende einblenden. Da müsst ihr unbedingt draufklicken. Das ist nämlich auch super toll geworden. Okay. Äh. Pote. Aber eigentlich müsste jetzt einer zurückkommen. Warum ist noch keiner von meinen Freunden wieder erschienen? Wartet. Ich muss das glaube ich wirklich in die Lava schmeißen. Ich werde das hier reintun. Hä? Ach, da ist noch der Geheimgang. Wartet mal. Ich werde das hier reinschmeißen. Ich will das alles nicht mehr haben. So. Wow. Weg damit. Kryptonit weg. Zack. Wir müssen unsere Sachen natürlich ausziehen. Die sind nämlich verflucht. Die werden alle wegschmeißen. Zack. Nicky. Nicky. Nicky, Nicky, Nicky. Pass auf. Hier ist irgend so ein komisches Ungeheuer, was uns alle fertig macht. Und ich war eingesperrt in so einem Gefängnis, Nicky. Jimmy, deswegen hast du auch diese Kryptonit-Warnung über deinem Kopf. Nein, nein, nein. Komm, das ist nicht schnell hier weg. Guck da bitte nicht rein. Das ist Kryptonit. Was ist das? Das ist ein grüner Superstein. Der verleiht dir... Wow. Wow. Wieso kann ich auf einmal fliegen? Wow. Keine Ahnung. Was redest du da, Nicky? Und warum bist du so schnell? Wow. Guck mal, wie ich laufen kann. Nicky. Hör auf, so schnell zu gehen, du Doofkratz. Wow. Was ist mit mir los? Ich habe eine Kraft verloren und die nächste bekommen. Hä? Nicky, was ist mit dir? Warum ist hier ein Kryptonit-Block? Das sieht voll gruselig aus. Da war ich eingesperrt und dann wurde ich verhext. Genau, von dem Torhammer. Der Typ. Das heißt, dass du ein Superheld bist. Oh, wie cool. Aber irgendwie kann ich nicht mehr laufen. Dem ging das richtig super. Okay. Was hast du? Ich glaube immer, wenn du in der Sonne bist, dann kannst du super schnell gehen. Wow. Hä? Nicky ist ein Superheld. Nicky ist ein Superheld. Wow, wie cool. Ich muss es mir auch in die Sonne kommen. Kannst du mir auch ein Superheld-Fähigkeiten geben? Was ist denn mit Nicky? Hey, du Doofkratz. Wow. Guckt euch das mal an. Wow, 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 wow. Ja, auf alles kaputt zu machen, du Doofkratz. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich bin so schnell. Bin ich dir. Wo? Oh, Nicky. Ah, Nicky. Da bist du. Wow. Das ist wirklich super schnell. Was hast du da für ein Buch? Ich will das wissen. Das ist mein Mathebuch. Weil ich muss zur Schule gehen, du Doofkopf. Und wo ist jetzt dieser Superheld, von dem alle reden? Na? Den habe ich besiegt. Haha. Ja, es kommt nie wieder. Heißt das, du hast seine Fähigkeiten bekommen? Äh, ich habe seine Fähigkeiten eben weggeschmissen in der Lava. Aber ich habe jetzt andere Fähigkeiten bekommen. Ich kann laufen. Du, Kürzmann, die hätten die verkaufen können, du Doofkopf. Nein, da wird nur Unhalt passiert. Obwohl, du hast recht. Dafür könnte ich bestimmt 20 Millionen Diamanten bekommen. Natürlich. Jetzt auf jeden Fall das Video. Komm her, ich zeige dir, wo die ist. Komm. Du musst aber schnell sein. Bist du sicher? Ich habe die hier noch irgendwo. Nein, ich will nicht dahin gehen. Da ist Ronald McDonald. Und der nervt uns die ganze Zeit. Ronald ist auch Geschichte. Den habe ich auch erledigt. Du kannst Ronald nicht erledigen. Ronald ist ein Superheld. Was? Ja. Ich habe die Sachen wieder. Boah, super. Aber jetzt kann ich wieder nicht laufen. Was ist denn los, Niki? Oh Mann, du bist ja voll ins Auto gelaufen. Weißt du was? Ich würde sagen, wir machen einfach zusammen einen Ausflug. Was hältst du davon? Aber nicht durch die Lava vor. Ah. Alles gut. Hast du wirklich gekühlt. Ich kann doch hier durch den Sumpf fahren. Okay. Das weiß doch jeder. Aber wo willst du denn mit mir hin? Kannst du mir ein Auto kaufen? Nein, ich kaufe dir bestimmt kein Auto. Doch, komm schon, bitte. Ich habe sogar extra lieb. Ich habe sogar deine Diamanten abgeholt. Ich habe sie hinliefern lassen. Was? Okay, lass uns einen raussuchen. Komm. Ich will ein cooles haben. Yippie. Boah, ich will das gelbe Rennauto haben. Nein, das hier ist dein Auto. Guck. Das ist deine Größe. Die coolen Autos sind da oben, du doofkopf. Gibt es etwa neue? Meiner, 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 meiner. Oh, warte, warte, warte. Ich kann das hier kurz wegmachen. Und dann kann man hier rausfahren. Oh, warte, ist das ein Zweisitzer? Nein, ein Einsitzer. Meiner. Ich will auch mit rein. Wow. Warte, warte, warte. Au, das tut weh. Au. Oh, ich habe Herzen verloren. Hey, du hast die Schlüsse für dein Jeep nicht da gelassen. Ich kann aber nicht fahren. Fahr mich jetzt bloß nicht um. Bist du irre? Oh, dann steig ein, du doofkopf. Das ist ein Zweisitzer. Ja, komm. Steig ein. Ach, du bist schon drin. Warte, ich kann nicht. Ah, geprankt. Hey, nein. Oh, du darfst jetzt nicht mit dem Auto losfahren, Niki. Das ist mein Auto. Hm. Doch. Ah, nee, das ist zum rausfahren. Ich will nicht tun. Hey, das ist mein Auto. Oh, Mann. Nein, Auto. Hahaha, du hast das Auto kaputt gemacht. Oh, du Dussel. Komm, versuchen, ob wir es reparieren können. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Du bist doof. Also deine blöden Super-Hand-Fähigkeiten, das denkst du nur an dich, du Blödmann. Das nimmst du sofort zurück, sonst muss ich dich kämmern. Nein, ich sag das Praxy. Ich werde Praxy alles sagen und Lumi, du doofkopf. Bleib sofort stehen. Sonst muss ich dich in meinen Super-Fähigkeiten wegmachen. Nein, kannst du nicht, kannst du nicht. Oh, Lumi, Praxy. Praxy, Lumi, Odi, wo seid ihr? Wo sind denn alle? Warte mal, wo? Aua, hör auf damit. Oh, Niki, lass das. Spür den Zorn. Wir sind alle verschwunden. Und du bist wieder der Nächste, der abbauen wird. Ja, genau. Nein. Bitte, Niki's Community macht was. Macht das, Niki, wieder nett. Wird los. Wir werden bestimmt nicht nett. Wir wollen jetzt nämlich auch, dass du drauf gehst. Nein, nein, wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Hört auf damit. Pass auf, Niki, wenn du mich am Leben lässt, gebe ich dir 10 Millionen Diamanten. Ähm, okay. Ich hör auf. Okay, gut. Dann zeige ich dir ein Versteck, wo ganz viele Diamanten sind. Da musst du nur da runter gehen. So, zack. So, einmal hier runter. Und voilà. Hier sind deine Diamanten. Viel Spaß. Und ich verziehe mich jetzt. Boah. Was ist denn hier noch alles drin? Die geht nicht auf, weil da Erde drüber ist. Aha. Dann wollte wohl einer uns pranken. Dann machen wir das auch nochmal. Da ist auch nichts drin. Hey, Jimmy, du hast uns auf den Arm genommen. Der ist jetzt weggelaufen. Er will bestimmt die anderen waren. Wir müssen ganz schnell hinterher. Jimmy, 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 wo bist du denn? Haha. Der ist bestimmt nach Hause gelaufen. Werde ich jetzt erstmal direkt hinterher. Und ihr müsst unbedingt dieses Video liken. Da ist Jimmy. Ich habe ihn gesehen. Boah, aber der Hammer ist irgendwie kaputt gegangen. Wir müssen jetzt unseren bloßen Händen zur Strecke bringen. Jimmy. Nein. Niki, verschwinde von mir. Nimm deinen blöden Diamanten und hau ab, Mann, du Doofkopf. Verschwinde. Bleib doch mal kurz stehen. Ich will doch mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, meine Tür ist wieder kaputt. Verdammt. Nein. Wieso ist hier mein ganzes Haus kaputt? Haha. Hau ab damit. Das tut weh. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mal hoch gehen. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss, ich muss, ich muss abbauen. Ich muss sowas von abbauen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde einfach Trampolin sprengen. Genau. Ja, haha. In den Einkaufswagen mit dir, du kleiner Zwerg. Wow. Komm, fall hier runter. Fall hier runter. Komm. Nein, nein, nein. Doch, doch. Bleib schön stehen. Nein, nein, nein. Ich muss abbauen. Lumi, 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 Lumi. Ah, ah. Ja. Ah. Ein halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Oh, wichtig, wichtig. Ja, ja, ja. Nein. Sackgasse. Weg hier. Nein. Doch, doch, doch. Jimmy. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh nein, Hilfe. Du musst jetzt leider für die Superhelden draufgehen. Bleib jetzt da stehen. Nur noch hier hoch. Nur noch hier hoch, genau. Nein, 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 nein. Ach, Jimmy, ich will doch nichts. Wieder runter. Boah, wir machen hier gerade einen Deathrun. Bam, bam. Hoch, hoch. Nein, weg hier. Was? Was? Boah, die grünen Streifen haben dich verraten. Haha. Wüsst du mich noch? Was für grüne Streifen? Ich will nicht mehr. Bitte, Niki, lass mich in Ruhe gehen. Ich... Oh, Niki. Blöd, Mann. Lass mich in Ruhe, du doofkopf. Ich werde nicht aufrufen. Du musst jetzt draufgehen. Haha. Für die Superhelden. Auf damit. Ansonsten... Okay, jetzt rechts mehr. Nein, 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 nein. Schwert. Ja, wer haut jetzt ab, ha? Du fake Superhelden, du. Ich muss sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Ah, ja. Jimmy, ich meinte das doch gar nicht böse. Geronimo. Ja, 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 sag das dem Richter. Wow. Ich fick dich noch, du doofkopf. Bleib stehen endlich. Ich hab ne Rüstung an. Du hast das vorhin noch nicht gecheckt. Ich bin unbesiegbar. Ja, bist du wirklich, ne? Bin ich wirklich. Mhm, guck. Du triffst mich ja noch nicht mal. Haha. Ich tue mich auch nicht. Doch. Hab ich wohl. Wieso kriegst du keinen Schaden? Weil ich ein Superheld bin. Haha. Nein. Okay, Jimmy, ich hör auf, dich anzugreifen. Komm her. Ja. Du musst mir aber eingefallen tun. Ja, dann lass dir Frieden machen. Was sollen jetzt meine Zuschauer machen? Die sollen abonnieren und liken, du doofkopf. Und lass mich in Ruhe jetzt. Ich will hier in Ruhe Diamanten fahren. Wir müssen... Oh, da bin ich dabei. Ich hab Diamanten gefunden. Ey, das sind meine. Nein, das sind meine. Hau ab, Mann. Oh, Mann. Hier ist ein Lavasee. Vorsicht, Jimmy. Nicht, dass du da reinfällst. Ja, nicht, dass du da reinfällst. Genau. Jimmy, guck mal. Guck doch mal. Au, hey, hilf. Oh, nein. Du. Nein, nein, nein. Oh, nein. Ich sterbe jetzt. Okay, das war's mit dem. Ich würde sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, hör auf damit, Jimmy. Niemals.